Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Frühjahrspause in der Königsklasse des Motorsports. Ja, es werden in den nächsten Wochen keine Grand Prixs gefahren, aber das heißt natürlich nicht, dass sich da nichts tut. Ganz im Gegenteil, es gibt wieder zahlreiche Neuigkeiten und wir bringen euch auf den aktuellsten Stand. Allen voran mit Ferrari und Carlos Sainz, der Australien Grand Prix. Er hat ein Nachspiel. Ferrari will die Strafe für Carlos Sainz rückgängig machen. Wir erinnern uns ein bisschen zurück. Carlos Sainz, der große Pechvogel, obwohl er ja eigentlich Fernando Alonso fast zum Pechvogel gemacht hätte. Beim stehenden Restart Nummer 2 hat er seinen Landsmann abgeschossen, einmal umgedreht. Aber die Szene hat rückwirkend ja gar nicht stattgefunden, weil man hatte das Rennen gleich nochmal abgebrochen und neu gestartet. Hat dabei die Startreihenfolge genommen vom vorherigen Restart. Das heißt, Fernando Alonso ist am Ende auf Platz 3 ins Ziel gekommen. Er war also nicht der große Pechvogel. Stattdessen Carlos Sainz, der hat nämlich eine 5-Sekunden-Strafe dafür bekommen. Für eine Szene, die ja dann eigentlich gar nicht stattgefunden hatte. Und diese 5-Sekunden-Strafe, die hat ihn von Position 4 auf Position 12 zurückgeworfen, weil ja das Rennen am Ende hinter dem Safety Car zu Ende gegangen ist. Ganz unglückliche Geschichte und Ferrari will das nicht so auf sich sitzen lassen. Carlos Sainz war schon im Cockpit komplett außer sich. Man hat das ja live im TV mitverfolgen können. Und wie will Ferrari das Ganze jetzt anstellen, diesen Fall nochmal zu öffnen? Ihr seid natürlich inzwischen die Experten. Es ist, ich weiß gar nicht das wievielte Mal in den letzten Jahren, dass wir ein Right-of-Review bekommen werden. Ihr seid sicherlich alle die Experten inzwischen, aber trotzdem erklären wir es nochmal ganz kurz. Right-of-Review. Da hat man 14 Tage Zeit, um noch neue und signifikante Beweise zu finden, die man dann einbringt, um den Fall nochmal zu öffnen. Denn ansonsten ist ja so eine Stewards-Entscheidung eigentlich eine Tatsachenentscheidung. Aber wenn man dann neue und signifikante Beweise findet, dann kann der Fall nochmal aufgerollt werden. Wann das passieren wird, ist noch nicht ganz klar. Ferrari hat die FIA am Donnerstag darüber informiert, dass man das ersucht. Und im ersten Anlauf wird dann erstmal entschieden, ob die Beweise, die Ferrari einbringt, auch wirklich neu, signifikant und relevant sind. Wenn dem so sein sollte, dann wird der Fall nochmal geöffnet und dann könnten die Stewards das Urteil nochmal überdenken. Jetzt ist die Frage, mit was kommt da Ferrari an? Und genau diese Frage habe ich Fred Vassor gestellt, der sich aber sehr bedeckt gehalten hat. Klar, ist ein laufendes Verfahren, da wollte er noch nicht zu viel sagen. Aber ich habe ihn explizit auf Esteban Ocon und Pierre Gasly angesprochen. Gasly wurde ja nicht bestraft mit der Begründung First Lap Incident. Also auch wenn es natürlich nicht die erste Runde war, aber es war eine Startrunde. Er wollte es nicht so ganz bestätigen, aber er hat schon gesagt, es wurde da schon unterschiedlich gehandhabt. Zum einen auf der Seite Esteban Ocon und Pierre Gasly. Und dann noch dieser Fall, den wir im letzten Video auch schon angesprochen hatten. Logan Sargent und Nick de Vries. Der ist dem anderen ja komplett hinten in die Kiste gefahren. Die Szene wurde sich nicht mal angesehen bei den Stewards. Also es gibt da auf jeden Fall mal diese zwei Fälle, die Ferrari haben dürfte. Und anführen dürfte. Das wurde anders gehandhabt als bei Carlos Sainz gegen Fernando Alonso. Ja, waren auch unterschiedliche Zwischenfälle. Aber trotzdem könnte das eine ganz interessante Sache werden. Und Carlos Sainz, der hat sich ja daran gestört, dass er gar nicht angehört wurde. Das ist bei Pierre Gasly und Esteban Ocon geschehen. Allerdings ist das auch so im Protokoll vorgesehen. Denn Ocon und Gasly, die sind ausgeschieden. Die haben das Rennen nicht beendet. Und deswegen ist bei solchen Fällen immer vorgesehen, dass dann die Fahrer im Nachhinein zu den Stewards kommen. Dann werden sie befragt, dürfen ihre Sichtweise geben. Und dann wird erst ein Urteil gefehlt. Wenn ein Fahrer noch im Rennen ist, und das war bei Carlos Sainz ja der Fall, dann gibt es in der Regel keine Untersuchung nach dem Rennen. Sondern dann will man schauen, dass man relativ zügig eine Entscheidung hat. Man will ja auch das richtige Ergebnis haben. Teilweise ist das ja auch entscheidend für das Podium. Und deswegen versucht man da schnellstmöglich eine richtig möglichste oder die bestmögliche, schnellstmögliche Entscheidung zu treffen. Das hat man in dem Fall gewählt. Trotzdem hätte man sich bei Ferrari natürlich gewünscht, dass man da angehört wird. Vor allem, weil das Rennen ja auch unterbrochen war. Und weil es sehr, sehr spezielle Umstände waren. Also ich bin mal gespannt, was sich da tun wird. Ride-off-Review ist auch ein sehr interessantes Thema für Philippe Massa. Nicht dieses Ride-off-Review, über das wir gerade gesprochen haben im International Sporting Code. Die 14-Tage-Frist ist da längst abgelaufen. Denn es geht um die Saison 2008. Wir gehen zurück. Viele, viele Jahre inzwischen. Erinnern uns an Sao Paulo. Philippe Massa sah schon wie der sichere Weltmeister aus. Hat den Grand Prix gewonnen. Aber dann in der letzten Runde, in der letzten Kurve, ist Lewis Hamilton noch an Timo Klock vorbeigegangen. Und hat sich so den WM-Titel doch noch gesichert. Um einen Punkt ging es am Ende darauf zusammen. Wieso erzähle ich euch die ganze Geschichte jetzt? Weil Philippe Massa sich das Ergebnis noch ein bisschen genauer anschauen will. Und möglicherweise noch um seinen WM-Titel kämpft. Nachträglich. Wieso? Es geht um eine Dokumentation über Bernie Ecclestone. Und in dieser Dokumentation hat Bernie Ecclestone über die Saison 2008 gesprochen. Darin hat er erzählt, dass er und die FIA schon vor dem Ende der Saison wussten, dass beim Singapur Grand Prix manipuliert wurde. Jetzt schauen wir uns den Singapur Grand Prix nochmal ein bisschen an. Nelson Piquet hat da seinen Renault absichtlich in die Leitplanke gestopft. Hat somit eine Safety-Car-Phase hervorgerufen. Und dadurch hat der Teamkollege Fernando Alonso diesen Grand Prix gewinnen können. Riesenskandal. Ihr habt sicher alle mitbekommen, was dann später passiert ist. Viele Beteiligten wurden bestraft. Aber man hat das Rennergebnis nicht annulliert. Man hat die Saison 2008 nicht korrigiert. Und das ist ein ganz interessanter Fall. Denn Philippe Massa war richtig gut dabei. Bei diesem Singapur Grand Prix hätte ihn wohl gewonnen. Aber dann gab es Probleme. Riesen-Chaos in der Boxengasse nach der Safety-Car-Phase. Tankschlauch ist hängen geblieben. Er ist zurückgefallen. Ist nur 13. geworden. Lewis Hamilton hat zwar nicht gewonnen, aber er ist 3. geworden. Und das sind natürlich entscheidende Punkte, die den WM-Ausgang beeinflusst haben. Und dieses Rennen wurde ja bekanntermaßen manipuliert. Das Ganze ist erst später aufgeflogen. Aber wäre das Ganze schon rechtzeitig aufgeflogen, man wusste ja offenbar, zumindest laut Bernie Ecclestone schon 2008 davon, dann hätte der Weltmeister der Saison Philippe Massa geheißen und nicht Lewis Hamilton. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Philippe Massa hat gesagt, er prüft die rechtlichen Schritte, ob er da möglicherweise noch was ändern kann. Er hat selbst auch Lance Armstrong angeführt. Der mehrmalige Tour de France-Sieger hat auch alle Tour de France-Siege aberkannt bekommen, nachdem er ja des Dopings überführt wurde. Also ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Die Erfolgschancen sehe ich dann aber bei Ferrari im Hinblick auf Carlos Sainz. Das ist ein bisschen größer, auch wenn das immer so eine Sache ist. Ride of Review. Wir haben tatsächlich auch schon Sachen gesehen in der jüngeren Vergangenheit, wo es gut gegangen ist. Ich kann es mir aber nur schwer vorstellen, aber ich bin mal gespannt. Gespannt bin ich auch, was ihr von unserer neuen Print-Ausgabe haltet. Wir sind schon ganz fleißig am Finalisieren von Ausgabe Nummer 90. Ihr habt aber noch die Möglichkeit, Ausgabe Nummer 89 zu bestellen. Müsst ihr allerdings flink sein, denn bald kommt dann eben schon die neue Ausgabe. Da ist wieder richtig spannendes Zeug drin. Hier haben wir euch schon viel erzählt über Technik und den Alpha und Startampel und so weiter. Die neue Ausgabe, ich nehme es schon ein bisschen vorweg. Alle Autos werden etwas unter die Lupe genommen, ein bisschen technisch angeschaut. Aber zu viel will ich davon noch nicht verraten. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr erst ab der Ausgabe 90 das Ganze beziehen wollt oder eben noch die Ausgabe Nummer 89 nach Hause geliefert bekommen wollt. Jetzt wieder zurück zu News. Pirelli hat nämlich bestätigt, dass in Imola ein neues Qualifying-Format angewandt wird. Das ist eigentlich streng genommen kein neues Qualifying-Format, aber es gibt neue Regeln für die Qualifikation dort. Es ist der erste von zwei Versuchsläufen in dieser Saison und jetzt müsst ihr aufpassen. Es geht nicht um dieses Sprint-Format, das wir wahrscheinlich in Baku dann sehen werden mit zwei Qualifyings. Ein Qualifying für den Sprint, ein Qualifying für den Grand Prix. Ne, da geht es jetzt um was anderes. Müssen wir ein bisschen auseinanderhalten. Pirelli hat sich zur Aufgabe gemacht, den Reifenkonsum etwas zu reduzieren. Aktuell gibt es an einem normalen Wochenende 13 Sätze Slicks für alle Piloten. In Imola macht man einen Versuch mit nur 11 Sätzen. Man versucht, weniger Reifen zu liefern, das ganze Thema natürlich nachhaltiger zu gestalten, aber dabei nicht die Show zu beeinträchtigen. Das ist die große Furcht, wenn man weniger Reifen bringt, dass weniger gefahren wird, dass das Wochenende nicht mehr so spannend ist. Und deswegen hat man sich da ein neues Format ausgedacht. Dieses neue Format macht Sinn, wenn ich euch jetzt die Reifen-Nominierung erkläre. Dreimal hart, viermal Medium, viermal Soft. Klingt in der heutigen Zeit ein bisschen komisch, aber in der Qualifikation soll im Q1 nur der harte Reifen zum Einsatz kommen, im Q2 nur der Medium-Reifen und dann im Q3 der Soft-Reifen. Und dadurch soll sichergestellt werden, dass ich genügend Reifen habe. Die Sache ist ja, die Soft-Reifen, die in der Qualifikation normalerweise zum Einsatz kommen, die sind nur drei, vier, fünf, sechs Runden drauf und danach werden sie geschreddert. Das will man vermeiden, indem man die harten und Medium-Reifen im Q1 respektive im Q2 verpflichtend macht. Und ich bin mal gespannt, ob sich das Ganze auszahlen wird. Ganz wichtig, man will die Show nicht verbessern, man will nichts künstlich machen, man will die Show nur beibehalten und gleichzeitig weniger Reifen liefern. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig an der Stelle zu betonen, weil viele Fahrer haben das ein bisschen in den falschen Hals bekommen, und meinten, man will da wieder irgendeine Show machen. Nein, will man nicht. Man will die Show nur beibehalten. Und dann gibt es noch Neuigkeiten von unseren Freunden aus Ungarn. Hungaroring, ganz beliebtes Reiseziel von vielen unseren Zuschauern. Und da soll es Neuerungen geben. Einerseits auf politischer Seite, vielleicht jetzt für euch nicht so ganz relevant, man hat da ein bisschen die Resort-Zuständigkeit in Ungarn geändert, denn das ist ja eine nationale Angelegenheit dieser Grobrida, ganz anders als leider in Deutschland, muss man sagen. Abgesehen davon hat man sich dazu committed, die Strecke zu erneuern. Wenn man den Hungaroring ein bisschen kennt, weiß man, dem tut es ganz gut, aber irgendwie hat das auch einfach ein bisschen Flair. Also ich bin eigentlich ganz gerne dort, auch wenn die Anlage etwas in die Jahre gekommen ist, natürlich alles noch von der Zeit vor dem Fall des Eisernen Vorhangs. Jetzt soll definitiv renoviert werden, muss man auch, denn der Vertrag läuft Ende 2026 aus, den man mit der Formel 1 hat. Die Formel 1-Vorrat-Erneuerungen, neues Boxengebäude, neues Mediacenter für uns, neue Tribüne, neuer Eingang. Also es soll richtig viel gemacht werden. Das geht aber nicht alles auf einmal, denn man hat ja auch noch den laufenden Betrieb. Deswegen wird der jetzt nach und nach modernisiert. Bis 2027 soll das alles fertig sein und der Hungaroring in neuem Glanz erstrahlen. Ganz interessant sind die Neuigkeiten auch, weil ja bald eine neue Strecke eröffnet wird in Ungarn, nämlich der Balaton Park Circuit. Im Mai werden wir live von dort berichten, schauen uns die ganze Angelegenheit an. Ist eine Grade 1 Strecke, also das heißt, die höchste Spezifikation, die es bei der FIA gibt für eine Rennstrecke, könnte die Formel 1 möglicherweise dahin verschwinden, wenn der Hungaroring nicht aktualisiert wird. Eher unwahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt, denn es ist eine nationale Angelegenheit dieser Formel 1 Grand Prix. Hungaroring ist auch eine nationale Angelegenheit, Balaton Park Circuit hingegen nicht. Balaton Park Circuit könnte aber dann spannend werden, wenn es um das Thema MotoGP und Ungarn Grand Prix geht. Also wir halten euch da auf jeden Fall am Laufenden. Jetzt halten wir euch erstmal am Laufenden, was bei Ferrari rauskommt und bei diesem Ride of Review. Könnt ihr natürlich einerseits bei uns auf der Website anschauen oder einfach hier auf unserem YouTube-Kanal drauf warten, bis es da Neuigkeiten gibt. Glocke aktivieren, dann bekommt ihr sofort Bescheid und ganz wichtig noch an der Stelle, wir haben ja die Frühjahrspause, jetzt könnte man meinen, ist vielleicht nicht so spannend, aber ganz im Gegenteil. Wir haben Klartext gesprochen mit Christian Danner, also er hat Klartext gesprochen. Darüber dürft ihr euch auf jeden Fall in dieser Pause freuen und wir haben noch ein ganz spezielles Video für euch vorbereitet, also abonnieren lohnt sich auf jeden Fall.